Es fühlt sich wunderbar und so langsam hat man das Gefühl, es kann noch etwas angezogen werden. Zieht die Welt an, sie läuft nicht mehr rund, sie läuft langsam heiß, wir kennen den Mund. Auch der Eisberg fliegt wie unwohl im Schmerz, das Eis weckt an einem Nordpol. Kommt ein Wind auf und das ist kein gesunder Eis, wenn wir im Treibhaus. Zeit für ein Wunder. Schau sie dir an, wie sie darum keilen, fast zu ergaunen, ohne zu teilen. Beachte die Kurve und Flutband des Balles, wer viel hat, will mehr. Wer mehr hat, will alles, da entsteht eine Mischung. Die brennt wie Zunder, ein Streichholzgemüt. Da hilft nur noch ein Wunder. Nur noch ein Wunder. Siehst du die Zeiger, wie er sich dreht, was du heute nicht tust, ganz nur morgen zu spät. Die Zeit fängt davon, halt mal einer die Uhr an. Alles quatscht miteinander, dass man kein Wort versteht. Ich kann einer reden im Schlaf, der andere im Fieber. Dreh doch mal den Arm zu, die Wanne läuft früher. Es ist kein Irrtum, und zwar ein Profunder. Darauf zu warten, auf dieses Wunder. Ich wollte meine Meinung sagen zu dem, was hier geredet worden ist. Und da sind nur Statements abgegeben, wie vor 20, 30, 40 Jahren auch. Das ist bedauerlich. Und solange das so weitergeht, wird sich auch nichts ändern. Weil mit den gleichen Mitteln gekämpft wird, die man auch bekämpft. Dr. Kaz io, wir fangen an alle lawsuit aus. Den Inge demount. Wir sehen uns r Notre Datensprage von Pat Streuborай zu besitzen. Aber dann lassen wir uns auch das ganze Zouder der Verhalten. Ich bin kurz vor sie triff von deraczego μας Mur 않을insequip. Jetzt reicht recht noch nicht und zu ihnen ein Gram.